Die Super 6 hat sich am Mittwoch gelohnt. Die Super 6 ist die 31. Ja und nicht nur das, 9 Millionen Euro sind im ersten Rang, dann nochmal 3 Millionen im zweiten Rang und 2 Millionen im Spiel 77. Und die 15 ist da die dritte Kugel. Ja insgesamt 14 Millionen Euro warten also heute hier auf euch. Das wäre doch ein perfekter Anlass, um mit den Freundinnen und Freunden mal wieder so richtig anzustoßen. Die vierte Kugel ist die 40. Ja denn heute ist nämlich der beste Freundetag und 14 Millionen, die eignen sich doch perfekt, um mit den liebsten Mal so richtig zu feiern und vor allem das auch zu teilen. Und die fünfte Kugel ist die 5. Ja aber für die 9 Millionen im ersten Rang braucht ihr natürlich nicht nur gute Freundinnen und Freunde, sondern auch die 6 Richtigen und natürlich die passende Superzahl. Und die sechste Kugel ist die 22. Hier sind sie eure hoffentlich 6 Richtigen. Euch mit 6 Richtigen und der passenden Superzahl und das ist heute die 9. Und hier sind nochmal eure Gewinnzahlen. Lotto 6 aus 49, 5, 10, 15, 22, 31, 40 und die Superzahl 9. Los geht's. . . .